Herzlich willkommen meine Freunde zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind hier in der Web App. Ihr seht hier, ich bin hier mit meinem Account drin, Freunde. Wir werden hier heute die paar Packs aufmachen, die wir bekommen haben. Hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich endlich reingekommen bin. Wir haben hier auch ein paar ordentliche Packs bekommen. Wie gesagt, da werden wir die einfach heute aufmachen. Schauen wir mal, was wir hier bekommen. Fang einfach mal mit dem ersten an. Ihr seht hier, haben wir erstmal ein paar Trikots bekommen. Die tun wir erstmal in den Club und dann machen wir jetzt hier die Packs auf. Fang mit dem ersten an und schauen wir mal, was wir jetzt hier bekommen. Eric Lamella ist eigentlich stabil, also sind die tauschbar. Die ist schon mal stabil, kann man mit leben. Tun wir mal alle in den Vereinen, werde ich später alle verkaufen. Und dann machen wir das nächste Pack auf. Wie gesagt, Freunde, es wird gar nicht so lange gehen. Es wird natürlich die Target auf jeden Fall Trading-Videos dazu kommen. Und ja, werden auf jeden Fall gut Videos da bringen. Also ich werde euch da gut Videomaterial bringen, Freunde, wie ihr da ein paar Münzen machen könnt. Schauen wir mal, was wir jetzt hier bekommen. Ah, hier geht so Snuvers. Ist hier auch nicht so das Gelbe von mir. Also tun wir mal alles wieder in den Verein. Und wie gesagt, den Rest verkaufe ich später oder stoße die Sachen ab, die ich nicht brauche. Nächste Paket. Gucken wir mal. Victor Vasquez. Wow. Auch nicht so weltbewegendes. Alle in den Verein. Nächste Paket. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch sehr, sehr viele Packs bekommen, dadurch, dass wir den Account schon sehr lange haben. Guerro von Dortmund, okay. Nächste Paket. Komm, jetzt mal einen gescheiten Spieler bitte. Ah, wieder nichts Gutes. Ich hätte schon gerne einen guten Spieler, aber hier haben wir jetzt nichts so weltbewegendes gezogen bis jetzt. Ja, auch wieder nicht so gut, also dafür, dass wir so viele Packs haben. Ich habe gesehen, manche haben da echt gut gezogen. Wir haben leider bis jetzt überhaupt nicht. Ja, öffnen wir mal das letzte Pack. Drei Rares, da müssen wir auf jeden Fall jetzt mal einen gescheiten. Miranda 85, auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Spieler. Ja, und Freunde, damit können wir auf jeden Fall das Video auch gut beenden. Wie gesagt, es ging gar nicht so lange, es ist einfach nur die Webber bis jetzt da. Wir können auf jeden Fall die Sachen abholen. Miranda sollte auf jeden Fall ein bisschen was bringen. Könnte man mal schauen, was er kostet. Ihr seht auch, das ist auf Englisch. Schauen wir einfach mal, was er kostet. Er kostet jetzt halt noch nichts, ne? 5K, 6K, ja. Ist halt jetzt noch überhaupt nichts wert. Ja, Freunde, da würde ich sagen, wäre es das mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt es sich gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch mehr dazu sehen wollt, Freunde, zu WebApp Trading, macht da einfach mal Hashtag WebApp Trading. Da wird da auf jeden Fall die Tage noch einiges auf euch zukommen. Und dann würde ich sagen, ciao, ciao. Bis die Tage, meine Lieben, Freunde.